Guten Tag, mein Name ist Sandra Schön, Joran Moos-Meerholz, Bertrand Gröblinger, Sarah Edelsbrunner, Ulf Ehlers, Martin Ebner und viele mehr. Doch die Vorurteile von OER erschießen sich manchen nicht auf den ersten Blick. Was mir an OER gefällt, meine Arbeiten verschwinden nicht in Ablagen, sondern werden genutzt, verbreiten sich und werden auch von anderen aktualisiert. Damit Lernende besser lernen können, damit wir sie begleiten können auf ihrem Weg in eine offene Bildungspraxis. Lernen auch Sie die Vorurteile von und den Umgang mit freien Bildungsressourcen kennen. Denn wir wollen vorwärts kommen. Ab März 2022 auf einmux.at Lernen auch Sie die Vorurteile von OER erschießen.